Das gibt es nicht. Sie lasst einen anderen auch nicht einig. Aber Sie haben ja Bescheide. Sie haben ja Bescheide, dass ich das machen. Das ist wurscht. Da können Sie Bescheide. Hunderttausend haben. Wie wäre ich, wenn Sie zustimmen? Da habe ich einen Vogel. Sie lasst einen anderen nicht einig. Ich muss draufziehen. Sie zahlt nix. Und Sie kommen einfach mit Ihren Bauarbeitern nicht auf den Grund? Nein, Sie lassen uns nicht. Sie sind immer zugesperrt und vereint, damit keine Zughecke. Sobald ich was sag, sagen Sie, ich bin jetzt raufgekommen. Ich bin renitent, aggressiv und psychisch miteinander. Ja, die Klägerin hatte so Handlungen gesetzt, die mit der Würde eines Kirchenraumes nicht vereinbar sind. Ich habe keine Kinder. Ich bin verwitwet, habe keinen Mann. Und das ist meine Lebensaufgabe. Das hat der Amtstearzt begrittelt. Und jetzt will er mir die Hundezucht sperren lassen. Drei der älteren Damen, die Sie gerade gesehen haben, sind, sagen wir, gut situierte, vielleicht ein wenig eigenwillige Persönlichkeiten, die allesamt einen ruhigen Lebensabend genießen könnten. Aber weil sie sich aus unterschiedlichen Gründen mit der Polizei, der Justiz, der Bezirkshauptmannschaft, dem Amtstierarzt, dem Pfarrer und anderen Obrigkeiten angelegt haben, sind sie in alle möglichen Verfahren und Prozesse verwickelt, die wir für den heutigen Schauplatzgericht dokumentiert haben. Ich bin Generalin. Ich habe das Sagen. Auch wenn sie Eigentümerin ist. Und das streiten sie ab, das wollen sie. Adapter, mich können sie nicht brauchen. Das waren Susanna und Rebecca Kreuz. Die Mutter lässt sich von der Tochter und auch von der Obrigkeit, wie man nach Betrachtung dieser Szene vielleicht ahnt, nicht allzu viel dreinreden. Die junge Frau Kreuz ist Eigentümerin eines Hauses und eines Gartens in Moschendorf im Burgenland. Und genau diesen Garten müssten Arbeiter, die die Nachbarin, die Frau Unger, engagiert hat, betreten, um die durchnässte Mauer ihres Hauses, also des Hauses der Frau Unger, zu sanieren. Aber das möchte die Mutter Kreuz nicht um die Burg zulassen. Entsprechende Bescheide, die es seit 2013 gibt, in denen sinngemäß drinnen steht, lassen Sie am Sohn zu filten ab 7.30 Uhr in der Früh, ab 8 Uhr für Sanierungsarbeiten. Arbeiter der Frau Unger auf ihren Grund. Solche Bescheide negiert sie. Und die juristische Frage ist jetzt, muss ein Bürgermeister, die Baubehörde, das hinnehmen, wenn jemand einfach nicht macht, was ihm aufgetragen wird? Beziehungsweise, wie kann man solche Bescheide rechtskonform durchsetzen? Patrick Hiebler dokumentiert diesen Fall seit fast einem Jahr mit der Kamera. Es ist Mitte Dezember des vergangenen Jahres, als wir das erste Mal ins Südburgenland nach Moschendorf fahren. Der Ort liegt direkt an der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze. Wer hier mit dem Auto unterwegs ist, erkennt bald, dass sich das Dorf mit seinen Straßen gleichsam dem Verlauf der Grenze angepasst hat. Die Bauernhöfe hier stehen eng nebeneinander und sind eher schmal und lang. Im Laufe der Jahrhunderte wollte man sich so vor einfallenden Völkern schützen, die versuchten das Dorf von der beginnenden ungarischen Tiefebene aus zu erobern. Eine Dorfstruktur, die sich damals immer wieder bewährt hat, heute aber unter den Dorfbewohnern mitunter zu gröberen Nachbarschaftsstreitigkeiten führt. So wie im Fall von Frau Unger, deren Haus sich mitten im Ort befindet. Frau Ungers Haus hier rechts im Bild grenzt direkt an die Liegenschaft von Frau Kreuz links. Und das sei das große Problem, wie uns die 85-Jährige im Beisein ihres Anwalts zu erklären versucht. Denn die undichte Dachrinne und deswegen auch stark durchnässte Hausmauer, direkt an der Grundgrenze, müssten dringend erneuert werden. Für diese Sanierungsarbeiten müsste man aber das Grundstück von Frau Kreuz betreten. Doch die lässt er seit fast zehn Jahren nicht zu. Und sie kommen einfach mit ihren Bauarbeitern nicht auf den Grund? Nein, sie lässt uns nicht. Sie sind immer zugesperrt und für einen mit Kette er zugehängt. Und sie lässt uns nicht rein. Das heißt, sie müssten eigentlich nur da ganz normal ein Gerüst aufstellen, hinten die hintere Dachrinne sozusagen abmontieren. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Gerüst müssten haben, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, dass das nicht so lange dauert. Ein paar Stunden wäre das gemacht, so viel ich erfahren habe. Herr Doktor, und die Nachbarin macht jetzt was? Sie lässt die Arbeit da nicht hinein. Also sie sperrt alles zu. Und man kann sich ja nicht mit Gewalt sozusagen oder irgendwie durch drüber steigen, den Zutritt verschaffen. Also sie müsste es einfach öffnen und die Arbeiten zulassen. Und das wird wieder verschlossen und fertig. Das ist überhaupt kein Problem. Doch die Liegenschaft von Frau Kreuz bleibt auch an diesem Dezembertag kurz vor Weihnachten verschlossen. Gut einen Monat später, am 18. Jänner 2022. Die Nachbarin von Frau Unger, Frau Kreuz, hat sich bereit erklärt, uns mehr über ihr Haus, in dem sie eigentlich gar nicht wohnt, zu erzählen. Das sonst immer versperrte Gartentor ist zumindest für uns an diesem Tag weit geöffnet. Wir sind gespannt, zu erfahren, warum Frau Kreuz die Sanierung der Hausmauer und der Dachrinne von Frau Unger mit allen Mitteln verhindern will. Jetzt habe ich gerade mich anrufen. Grüß Gott, Frau Kreuz. Grüß Sie. Grüß Gott, grüß Gott. Der Streit mit Frau Unger habe eine lange Vorgeschichte und die reiche fast schon 50 Jahre zurück. Das ist mein Kamerateam. Ja. Grüß Gott, grüß Gott. Ich habe das 73 gekauft. Ja. Und da war da ein kleines Fenster und vorne ist das Gerüst gestanden und war abgeschlagen. Und die alten vier Fenster drinnen. Dann will ich wiederkommen, da waren schon zwei mehr. Ja, sagt meine Mutter. Ja, her auf. Tun wir nicht streiten. Geh mal rein. Na, das nächste dann wieder. Also das geht so weiter. Aber es geht ja darum, dass diese Dachrinne hier saniert wird. Sie müssten ja nur die Arbeiter ungefähr... Na wirklich, das ist eine Zustimmung. Das gibt es nicht. Sie lasst einen anderen auch nicht eine. Aber Sie haben ja Bescheide. Sie haben ja Bescheide, dass Sie das machen. Das ist wurscht. Da können Sie Bescheide. Hunderttausend haben. Na, wie wäre wir nicht zustimmen? Na, wie ein Vogel. Sie lasst einen anderen nicht eine. Ich wurscht drauf. Sie zahlt nichts. Mehrere hundert Euro Strafe hätte sie bereits zahlen sollen, erzählt uns Frau Kreuz, weil sie der Aufforderung, die Sanierungsarbeiten zuzulassen, bis jetzt nicht nachgekommen ist. Diese Bescheide seien aber alle nicht rechtmäßig. Denn die Grundgrenzen seien seinerzeit nicht richtig vermessen worden. Das ist die Naturgrenze. Und eineinhalb Meter hinterbei ist die amtliche Grenze. Ja, aber Sie müssten ja eigentlich nur die Arbeiter hier ungefähr für einen Tag... Na, an Grotam, das geht's. An Grotam, das geht's. Weil wenn ich zustimme, dann bin ich ja einverstanden. Sie sind womit dann einverstanden? Na, mit dem ganzen Dreck da. Mit welchem Dreck? Na ja, die ganze Bebauung da. Na, sicher nicht. Mit welcher Bebauung? Was meinen Sie? Na, da steht ja alles auf meinem Grund, bitte. Frau Kreuz ist der Ansicht, dass die Feuermauer von Frau Unger eigentlich auf ihrem Grund steht. Wenn sie nun die Sanierungsarbeiten zulassen würde, meint sie, würde sie bestätigen, dass das Haus von Frau Unger im Jahr 1927 rechtmäßig errichtet wurde. Also Sie meinen, das Haus steht hier eigentlich widerrechtlich? Auf meinen Grund habe ich nichts erlaubt. Aber wie weit geht jetzt Ihr Grund Ihrer Meinung nach? Na, das ist die, ich hab's ja schon gesagt, das ist die Naturgrenze. Also bis dahin, also das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, dann stehe ich auf welchem Grund? Eigentlich schon mein. Eigentlich? Ja, ja. Aber es ist… Das heißt… Das geht jetzt von der Naturgrenze bis hinein in die Amtliche sind's eineinhalb Meter. Und diese Hausmauer hier jetzt, die steht jetzt wo? Steht die auch jetzt auf Ihrem Grund? Die steht alles auf meinem Grund, leider. Aha. Diese Rechtsansicht sei völlig aus der Luft gegriffen, haben uns Frau Unger und ihr Anwalt schon im Dezember erklärt. Ihr Haus stehe nicht auf dem Grund von Frau Kreuz, die sei auch in einem Gerichtsurteil bestätigt worden. Was Frau Unger und ihr Anwalt aber nicht einsehen ist, dass Frau Kreuz die Bescheide der Gemeinde, die Sanierungsarbeiten zuzulassen, seit Jahren ignoriert. Es wäre halt wünschenswert, wenn die Gemeinde in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Termine festlegt, und dass bei dem Termin dann das umgesetzt wird. Am Gemeindeamt von Morschendorf sagt uns der damals Neue, erst kürzlich ins Amt gewählte Bürgermeister Thomas Behm, dass ihm als Baubehörde erster Instanz leider die Hände gebunden seien. Er könne eigentlich nichts anderes machen, als Frau Kreuz immer nur Bescheide zur Duldung der Sanierung zuzustellen. Das ist eindeutig im Baugesetz geregelt. Es muss ein Bescheid ausgestellt werden für die Benutzung fremden Grundes. Danach, das Ganze muss natürlich zugestellt werden. Danach gibt es einen Termin. Da handelt man sich jetzt über Jahre hinterher von einem Termin zum anderen und es passiert nichts? Leider, ja. Das ist ein bisschen komisch. Da sind uns rechtlich leider ein bisschen die Hände gebunden. Das muss man dazu sagen. Der Bürgermeister versichert uns, dass er diese Rechtsauskunft von der zuständigen Bezirkshauptfrau von Güssing bekommen habe, die wir bei unseren ersten Aufnahmen im Dezember natürlich auch befragen wollen. Was uns allerdings trotz mehrmaliger Versuche und auch in den Wochen danach nicht gelingt. Okay, danke. Wiederhören. Allerdings bekommen wir eine schriftliche Stellungnahme, in der begründet wird, dass Frau Kreuz nicht gezwungen werden könne, der Baubehörde und dem Handwerker Zutritt zu gewähren. Eine Rechtsansicht, die wenige Tage danach auch in der Sendung Bürgeranwalt, die sich mit der Causa ebenso beschäftigte, für Verwunderung sorgte. Etwa beim Verfassungsexperten Heinz Mayer. Seiner Ansicht nach hätte die BH Güssing schon längst nach dem sogenannten Verwaltungsvollstreckungsgesetz tätig werden müssen. Herr Professor Mayer, ist die BH da wirklich machtlos in so einem Fall? Kann die wirklich nichts tun? Keineswegs. Die Bezirkshauptmannschaft müsste eine Vollstreckungsverfügung erlassen und in dieser Vollstreckungsverfügung die Zwangsanwendung aussprechen und dann muss die durchgesetzt werden. Wenn sie erwarten wäre, dass sich die Verpflichtete mit Waffengewalt wehrt, dann müsste auch die Polizei mitkommen. Knapp vier Monate später, 9. Mai 2022. Wir fahren wieder einmal nach Moschendorf, denn heute könnte es sein, dass Frau Greus die Liegenschaft endlich öffnet. Die von Frau Unger bestellten Handwerker warten bereits, denn laut Bescheid der Behörde müsste die Liegenschaft um 7.30 Uhr geöffnet werden, sagt uns der Bürgermeister. Einzig und allein von Frau Greus ist an diesem Morgen nichts zu sehen. Aber so wie es ausschaut, wird sie nicht aufmachen wahrscheinlich. Nein, ich glaube sie ist gar nicht da, also das Fenster ist zwar gekippt, aber... Doch bald ist klar, dass heute noch jemand kommt und aufsperrt, ist eher unwahrscheinlich. Also sie hoffen, dass sie reinkommen heute, oder? Ja, man hofft immer, aber man sehen ja, dass da nichts wird draus, sonst wären sie ja hergekommen. Ist das das erste Mal, dass ihr wart? Also so, was ich in meiner ganzen Karriere in den letzten 35, 40 Jahren habe, ist mir das noch nicht passiert. Nach einer guten Stunde warten schickt Frau Unger Spengler und Maurer wieder weg, bis zum nächsten Versuch. Neun Tage später, am 18. Mai, wieder stehen der Bürgermeister und die Handwerker vor der verschlossenen Tür der Frau Greus. Wieder scheint niemand auf der Liegenschaft zu sein. Da stellt auch die Polizei fest, die erstmals gekommen ist, um Frau Unger zu unterstützen. Und wieder ziehen alle unverrichteter Dinge ab. 30. Mai, wieder um halb acht, wieder sind alle gekommen und warten wieder vor der verschlossenen Tür. Drei Monate später, am 31. August. Diesmal ist die Polizei in ungewohnter Stärke in Moschendorf. Denn heute soll Frau Greus letztmalig die Möglichkeit erhalten, ihre Liegenschaft aus freien Stücken pünktlich um 7.30 Uhr zu öffnen. Wenn heute wieder niemand erscheint, werde man sich nach kurzem Warten mit Hilfe der Polizei Zutritt zur Liegenschaft verschaffen. Das habe ihr der Bürgermeister schon zugesagt, erzählt uns Frau Unger, als wir kurz vor acht Uhr zu ihr ins Haus kommen. Frau Unger, aha, grüß Gott, grüß Gott, wie geht's? Naja. Was passiert jetzt? Wird jetzt geöffnet oder? Ja, es sollte geöffnet werden, aber wie es ausschaut, ist die Frau Greus wieder noch da und dann muss man halt ... Ist wieder nicht da? Nein, ich habe nichts gesehen davon. So viel Polizei im Ort. Viele in Moschendorf wissen bereits, dass das nur wegen Frau Unger und Frau Greus sein kann. Zum eher absurden Streit sagen will man aber lieber nichts. Nein, das interessiert mich nicht. Interessiert sich gar nicht. Ja, weil das geht schon zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja. Wirklich wahr? Ja. Aber sie wird irgendwie nicht ... Nein, mehr schuld. Wahrscheinlich die BH, nicht? Weil der Vorsorgungsrechtler der Meier hat gesagt, sie müssen einen Zutritt machen, nicht? Das haben Sie im Fernsehen gesehen, nicht? Ja, habe ich gesehen. Dass die BH eigentlich schon längst was tun sollte. Schon lange. Ja. Das ist schon wieder Auflauf da, nicht? Tatsächlich wird kurz danach die Kette am Tor in wenigen Sekunden von einem Schlosser durchschnitten. Wenn jetzt noch jemand den Zutritt zur Liegenschaft behindert, sollte notfalls die Polizei einschreiten. Das ist zumindest das Ersuchen von Frau Ungers Anwalt Dr. Unterasinger, der mittlerweile auch eingetroffen ist und sich fragt, warum für die Öffnung des Tores Jahre vergehen mussten. Das ist ein ganz einfacher Vorgang, den man ja schon längst durchsetzen hätte können, wenn man die entsprechenden Maßnahmen gesetzt hätte von der Verwaltungsbehörde, ja. Kurz danach beginnen die Handwerker mit den ersten Sanierungsarbeiten. Beobachtet von Frau Unger und ihrem Sohn Stefan, der extra aus Wien zur Unterstützung gekommen ist und sich nicht sicher ist, ob die Arbeiten in den kommenden Tagen vielleicht nicht doch gestört werden könnten. Ich hoffe, dass es da nicht gestört wird. Also bis jetzt ist nichts gestört worden und ich hoffe auch, dass es an den nächsten Tagen nicht gestört werden, dass die Arbeiter ihre Arbeit fertig machen können und zur Zufriedenheit natürlich. Er sei ebenso erleichtert, sagt uns auch Bürgermeister Behm. Als Baubehörde habe die Gemeinde alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Dies sei für ihn und seinen Amtsvorgänger nicht immer ganz einfach gewesen. Warum hat das so lange gedauert? Naja, warum hat das so lange gedauert? Ich meine, ja, da will ich eigentlich jetzt nichts sagen dazu, ja. Würden Sie sagen, dass die PH zum Teil auch ein bisschen zögerlich vorgegangen ist? Also aus meiner Sicht nicht wirklich, ja. Also wir haben mit der PH sehr gut zusammengearbeitet. Die Frau Dr. Wild war in meinen Augen immer bemüht, das rasch und auch rechtskonform durchzusetzen. Warum hat also die PH Güssing tatsächlich erst jetzt die Liegenschaft von Frau Kreuz öffnen lassen? Die interessante schriftliche Begründung dafür, die uns die Bezirkshauptfrau übermittelt. Die Gemeinde Moschendorf habe die PH ja erst im Mai 2022 erstmalig ersucht, als sogenannte Verwaltungsvollstreckungsbehörde tätig zu werden. Wir sind über diese Feststellung eher erstaunt. Denn die Gemeinde Moschendorf hat uns versichert, dass sie die PH bereits seit Jahren um Amtshilfe ersucht habe. Nach mehrmaligem Ersuchen die Widersprüche doch aufzuklären, bekommen wir Ende September doch einen Interviewtermin. Bezirkshauptfrau Wild sagt uns, dass die Gemeinde die PH um Vollstreckung der Bescheide zu ersuchen habe, hätte diese schon selbst wissen müssen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist die, warum weiß die Gemeinde, die offensichtlich über Jahre hindurch versucht, Bescheide zuzustellen, warum weiß die erst jetzt im Mai davon, dass sie eigentlich die PH nur um Vollstreckung ersuchen muss? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber hätten Sie als PH nicht auch entsprechend auch eine Verpflichtung gehabt, die Gemeinde dahingehend anzuleiten? Natürlich, ich habe sie auch in den Bürgermeister- und Amtmänner-Tagungen angeleitet und da ist die Frau Amtsleiterin drinnen gesessen. Es geht um den speziellen Fall, da braucht man ja eigentlich nur sagen, ihr braucht nur um Vollstreckung ersuchen, dann wäre die Sache schon vor Jahren erledigt gewesen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, warum die Gemeinde nicht eingekommen ist. Vom Vollstreckungsgesetz weiß die Gemeinde und auch von den gesetzlichen Bestimmungen darin. Das heißt, letzten Endes könnte man sagen, wenn die Gemeinde sie um Vollstreckung ersucht hätte, hätten sie natürlich dementsprechend schneller auch aktiv werden können? Natürlich. Wenn die Gemeinde früher angesucht hätte, um Vollstreckung, wäre die Zuständigkeit auf die PH Güssing übergegangen und hätte die PH Güssing die Vollstreckung durchgeführt. Sie wolle der Gemeinde Moschendorf jetzt keinesfalls den schwarzen Peter zuschieben, versichert uns Frau Dr. Wild noch. Zudem sei die Sache nun ohnehin erledigt. Wovon wir uns am besten gleich selbst überzeugen wollen. Frau Unger hat uns die Nachricht zukommen lassen, dass die Sanierung vor wenigen Tagen abgeschlossen werden konnte. Die Hausmauer sei frisch verputzt worden und auch die Dachrinne würde wieder das Regenwasser gut ableiten. Die Arbeiten seien durch niemanden gestört worden, auch nicht von der Nachbarin, die sei gar nie auf der Liegenschaft gewesen. Dafür hat sich Frau Kreuz bei uns gemeldet, wir sollen sie doch an ihrem Hauptwohnsitz in Bad Vösslau besuchen, denn sie müsse diesen unglaublichen Rechtsirrtum endlich aufklären. Ja, wir grüßen Sie, Herr Hübler. Grüß Gott, Frau Kreuz. Schön, Sie zu sehen. Sehen wir uns wieder mal. Da besteht Hoffnung, gell? Dürfen wir reinkommen? Natürlich. Eigentlich sei ihre Tochter die Eigentümerin der Liegenschaft in Moschendorf und auf ihren Rat hin habe die den Bescheiden nie Folge geleistet. Die deswegen verhängten Verwaltungsstrafen wurden auch nicht bezahlt. Ihre Tochter wurde daher sogar im Mai verhaftet und fast drei Wochen lang eingesperrt. Alles zu Unrecht, glaubt Frau Kreuz. Aber die leidtragende Frau Kreuz ist ja eigentlich ihre Tochter. Die haben ja die gar nicht anzugreifen und auf ihren zu lassen. Ich meine, die Polizei, das ist ja auch Wahnsinn, doch. Aber Sie sind die Eigentümerin, Frau Kreuz. Nein, das hatte mit denen nichts zu tun, an die bei der Generalin. Ich hab das Sagen. Auch wenn sie Eigentümerin ist. Und das streiten sie ab, das wollen sie. A tak da, mich können sie nicht brauchen. Generalin heißt jetzt was? Für alles zuständig, für alle Ämter und Behörden. Das heißt, Sie sagen, wo es lang geht in der Familie. Kann man das so sagen? Ja, genau so. Und wenn Sie sagen, es wird nicht aufgemacht? Dann wird nicht aufgemacht. Dann wird nicht aufgemacht. Ja. Aber die Tochter muss dann leider in Haft. Nein, die Tochter muss gar nichts. Aber sie war ja schon in Haft. Ja. Das ist ja auch das Nächste. Sie können den nicht einsperren, wenn die Generalin sagt, nein, kann sie nicht. Also wenn Sie sagen, sie darf nicht eingesperrt werden, aber die Polizei hat es ja trotzdem gemacht. Ja, sie haben es gemacht. Aber wie? Die Tochter Frau Rebecca Kreuz erzählt uns, dass sie ihrer Mutter immer vertraut. Als sie im Mai einen Termin beim Arbeitsmarktservice hatte, war plötzlich die Polizei da. Haben Sie damit gerechnet? Während ich drin war, haben sie mich mitgenommen. Wir müssen sie jetzt mitnehmen. Und... Beim IMS? Ja. Beim Berater drinnen. Wurden Sie inhaftiert plötzlich? In Haft genommen? Erst einmal mitgenommen auf die Polizeistation. Und dann haben sie mich nach Wien gebracht. Nein, er hat das, weißt du nicht, du warst da unten, aber ich war oben. Und dann hat er gesagt, zahlen Sie die 2.200 Euro oder nicht? Und was haben Sie dann gesagt? Was habe ich sagen müssen? Ich habe... Sie haben es nicht gezahlt? Nein. Ich habe ja das Geld... Sie hätten das Geld auch nicht gehabt wahrscheinlich. Ja. Ich war 16 Tage das erste Mal in Haft, ja. Für nix? Für nix. Sie hätten ja nur die Arbeit auf die Liegenschaft lassen müssen. Dann hätten Sie das vielleicht erspart. Na bitte, das war ja alles eingestellt. Das war eingestellt und verjährt. Verjährung, Einstellung, davon finden wir nichts in den Akten. Dass in Moschendorf das Gartentor aufgebrochen wurde, findet Frau Greus empörend. Dagegen werde sie jedenfalls nach Möglichkeit gerichtlich vorgehen. Frau Unger will sich davon nicht beunruhigen lassen. Der jahrelange Streit mit Frau Greus hat sehr an ihren Nerven gezehrt. Jetzt kann sie sich endlich ein bisschen erholen. Sind Sie erleichtert? Ja. Überglücklich? Ja, überglücklich. Zehn Jahre lang, da ist arge Mitmachen mit der Frau Greus, das war zu arg. Aber ich bin groß erleichtert, dass ich es gemacht habe, ja. Frau Unger will weitere Begegnungen mit Frau Greus jedenfalls vermeiden. Denn sie ist sich nicht ganz sicher, ob der Streit mit ihrer Nachbarin jetzt endlich beendet ist. Wir würden uns darüber freuen, schließen aber nicht aus, dass das unser letzter Besuch in Moschendorf gewesen ist. Denn die Frau Unger überlegt jetzt natürlich, ob sie die Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die Handwerker mehrmals gekommen sind und dann unverrichteter Dinge abziehen mussten, von jemandem einfordern kann. Von der Bezirkshauptmannschaft zum Beispiel. Oder von der Nachbarin. Denn die Mauer ist ja im Laufe der Jahre nicht besser geworden und sie, die Frau Unger, musste die Rechnungen ja bezahlen. Schlimmstenfalls müsste sie mit einer Amtshaftungsklage gegen die BH oder einer Klage gegen die Frau Greus vorgehen. Zum nächsten Fall. Eine Kärntner Anwältin hat uns auf eine akzentuierte Persönlichkeit aufmerksam gemacht, die in Klagenfurt und Umgebung bei Gerichten und Polizei amtsbekannt ist. Offenbar tritt die Frau Melcher, die Eigentümerin mehrerer Häuser, sehr resolut auf. Und das hat zu zahlreichen Kontrollen und Beanstandungen geführt, wenn sie mit ihrem Auto unterwegs ist und auch zu einer gewissen Dichte an Verkehrsstrafen und Sanktionen wegen Ungehorsamstdelikten. Und neuerdings führt sie auch einen Prozess gegen den Pfarrer der Wallfahrtskirche in Maria Rhein. Der hat ihr nämlich vorgeworfen, dass sie nur in Unterwäsche bekleidet in der Marienkapelle gewesen sei. Stimmt nicht, sagt die Frau Melcher und kann dazu einige überraschende Argumente anführen. Maria Zweckmeier dokumentiert diesen Fall seit knapp einem Jahr. Selbst das Kennzeichen von Emma Melchers VW-Käfer erregt eine gewisse Aufmerksamkeit. Mein Gott, das ist ein herrlicher Tag, doch bei der Polizei. Und wenn die 80-Jährige damit in Kärnten unterwegs ist, lauern Scharen von Polizisten, wie sie meint, darauf, ihr irgendein Fehlverhalten nachzuweisen und sie dann zu bestrafen. Beeinflussen lässt sich die Fahrerin von Emmy 1 davon nicht. Und auch in dieser imposanten Doppelturmanlage nahe des Wörthersees, zu der seit Jahrhunderten fromme Pilgerwallfahrten, hat es Probleme gegeben. Im Oktober vergangenen Jahres treffen wir Frau Melcher in Maria Rhein, gemeinsam mit ihrer Tochter Regina. Regelmäßig pflegt sie das Grabe ihres verstorbenen Mannes, der übrigens Polizist war. Seit vielen Jahrzehnten kommt Frau Melcher hier zur Gnadenmutter und besucht auch die Heilige Messe. Bis zum August 2020 ohne irgendwelche Beanstandungen. Aber damals hatte der Pfarrer per eingeschriebenen Brief völlig unerwartet mitgeteilt, sie dürfe die Pfarrkirche nicht mehr betreten. Sie hätte sich ungebührlich verhalten. Im Mittelpunkt der Beanstandungen durch den Pfarrer stand offenbar ihre auffällige Bekleidung. Ein indischer Sari. Dabei wollte Frau Melcher als welt- und kulturoffener Mensch doch nur dem jungen Kaplan aus Indien, der dem Gemeindepfarrer unterstellt war, eine Freude machen. Das erste Mal hat sie ihn am Bahnhof auf dem Weg nach Klagenfurt kennengelernt. Da hab ich gefragt, wer sind denn Sie? Dann hat er gesagt, er ist da ein Priester. Oh, sag ich, von wo kommst du denn? Dann hat er gesagt, von Indien. Oh, haben wir auf Freude gehabt, dann haben wir so lieb geredet. Oh, hab ich gesagt, ihr habt zehn Sari. Das nächste Mal, das war auf dem Dienstag, hab ich gesagt. Am Donnerstag ist Abendmesse. Und dann wollen wir den Sari anziehen, damit sie erfreut haben. Gegen den Sari hätte er nichts gehabt, sagt der Pfarrer. Aber ... Dann hab ich einmal mit ihm geredet, hat er gesagt, bei mir hätte der Bauch rausgeschaut. Der Bauch hätte rausgeschaut, in der Kirche. Hat der Bauch rausgeschaut. Na ja, bitte schön. Ja, ich kann nichts ... Das ist einmal so beim Sari, dass der Bauch rausgeschaut. Aber nicht nur das. Der Pfarrer behauptet, Frau Melcher hätte sich den Sari erst in der Kirche, und zwar hier, in der Marienkapelle angezogen. Sie hätte das Gotteshaus somit als Umkleidekabine benutzt und damit entwürdigt. Was sagt Frau Melcher zu dem Vorwurf des Pfarrers, sie sei nur in Unterwäsche in der Kapelle gestanden? Es gibt keine Unterwäsche. Es gibt nur einen Unterrock. Oder wenn es heiß ist, hat man keinen Unterrock, sondern nur einen Gürtel. Und damit man den Stoff hineinsteckt. Ja, es gibt ja sonst nichts. Das heißt, Sie können gar nicht in Unterwäsche da gestanden sein, weil Sie keine anhalten? Nein. Und im Sommer hat man keine Hose an. Hat man keine Unterhose an. Heute habe ich Unterhose an. Und im Sommer hat man nicht an, weil dann schwitzt man. Und dann kriegt man einen Pilz zwischen den Füßen. Und darum kann diese Behauptung auch nicht stimmen? Natürlich kann das nicht stimmen. Die 80-Jährige will sich das nicht gefallen lassen. Aber dazu später. Am altehrwürdigen Bezirksgericht Ferlach ist sie wohl bekannt. Mit dem Gerichtsvorsteher pflegt sie ein sehr gutes Einvernehmen. So wie mit den meisten, die er auf Augenhöhe, mit etwas Geduld und Humor begegnen, erzählt er uns. Er kennt Frau Melcher seit etlichen Jahren durch viele Prozesse. Als Vermieterin mehrerer Häuser gibt es viele Dispute, die vor Gericht enden. Der Gerichtsvorsteher, ein passionierter Hobbymaler, hat sie sogar porträtiert und dieses Bild auch in den Räumlichkeiten des Gerichtes ausgestellt. Justitia wurde von ihm künstlerisch so interpretiert und beim Austarieren der Waagschalen hilft Frau Melcher gelegentlich. Im selben Gebäude befindet sich auch die Polizeiinspektion Ferlach. Mit der führt sie seit geraumer Zeit eine Art Kleinkrieg. Heute überprüft sie, ob die Einfahrt zur Polizeistation die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite hat. Also 4 Meter und 1,50 Meter ist 6,50 Meter. Das heißt, da fehlt ein bisschen was? Na ja, sicher. Aber warum stört Sie das jetzt, Frau Melcher? Ich werde bestraft und andere Leute können machen, was sie wollen. Bitte, gleiches reicht für alle. Das heißt, das werden Sie dann anzeigen? Habe ich ja schon gesagt, das hilft ja nichts. Wenn eine Frau kommt, das hilft ja nichts. Frau Melcher hat mehrere Anwälte. Heute lernen wir Frau Mag. Herbst kennen. Sie berichtet uns von einer erstaunlichen Dichte an Anzeigen durch die Polizeiinspektion Ferlach im Verkehrsbereich wegen Falschparken oder diverser Ungehorsamsdelikte. Na ja, die Frau Melcher ist sicher sehr oft präsent bei den Behörden. Alleine daraus resultiert natürlich auch, dass sie mehr Gelegenheiten hat, auch gelegentlich anzuecken. Was sie überhaupt nicht verträgt, ist, wenn ihr ein Beamter einmal sehr zackig oder von oben herab begegnet oder von ihr allzu viel Untertänigkeit erwartet. Stimmt das, Frau Melcher? Ja, 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 alle sind von Gesetz her gleich. Warum soll eine Frau da niederknieren oder bitten und betteln? Die Polizei hat ihre Aufgabe zu machen. Und der Staatsanwalt hat gesagt, wenn ich zur Polizei komme und ich eine Einzeige machen will, dann muss das die Polizei aufnehmen und nicht einfach sagen, verschwindet das aus. Einmal wollte Frau Melcher vor der Polizeiinspektion Ferlach parken. Da sie einen Behindertenausweis hat, wollte sie ihren VW Käfer auf den Behindertenparkplatz stellen. Der war aber besetzt, von einem Fahrzeug ohne Behindertenplankette. Daher sah sie sich gezwungen, in der Einfahrt zu parken, damit sie sich bei der Polizei über den Falschparker beschweren kann. Eine Anzeige wurde nicht aufgenommen, dafür bekam Frau Melcher einen Strafzettel fürs Falschparken. Das ist unter anderem eines dieser kleinsten Delikte, die dann insgesamt zur Begründung herangezogen worden sind, um bei der Frau Melcher eine Überprüfung ihrer Verkehrszuverlässigkeit zu beantragen. Der Führerschein wurde er tatsächlich entzogen, weil ein Gutachter ihr eine paranoide Persönlichkeitsstörung attestiert hatte. Aber das hat sich Frau Melcher nicht gefallen lassen. Und sie bekämpfte die Entscheidung. Mit Erfolg. Mittlerweile hat sie den Führerschein wieder. Bezirksgericht Klagenfurt am 20. Oktober 2020. Wir treffen Frau Melcher in Begleitung ihrer Tochter Regina. Heute geht es um die Sache mit dem Sari. Frau Melcher hat den Pfarrer geklagt, weil der behauptet hat, sie hätte sich in der Kirche umgezogen. Was sagt Tochter Regina zu diesen Vorwürfen? Es ist wirklich absolut auch erniedrigend, diese Behauptung. Er behauptet ja, ich bin mit der Unterhose, mit der Unterwäsche in der Kirche herumgelaufen. Ja bitte, das ist ja wohl auch. Dann soll er eben mit Beweisen kommen und nicht irgendwelchen Behauptungen, die sich in der Luft zerschlagen. Also das muss schon auch, bei dem Beweisen muss schon auch wirklich was Handfestes kommen. Und nicht irgendeine Behauptung, so unter dem Motto, mit einer Frau kann man eh machen, was man will. Wir haben Pfarrermagister Ulrich Kogler in der Kirche Maria Rhein zu der Sache befragt. Er erklärt uns, warum er Frau Melcher ein Betretungsverbot erteilt hat. Ja, die Klägerin hatte so Handlungen gesetzt, die mit der Würde eines Kirchenraumes nicht vereinbar sind. Und die vor allem auch den Gottesdienst gestört haben. Und daher wurde ihr im Rahmen des Hausrechtes ein Betretungsverbot für die Pfarr- und Wallfahrtskirche ausgesprochen, das aber mittlerweile schon lange wieder aufgehoben ist. Also es wurde nicht beanstandet, dass die Klägerin im Gottesdienst den Sarik getragen hat, sondern vielmehr, dass sie diesen hier im Kirchenraum angezogen und sich hier umgezogen hat. Heute wird Frau Melcher von Rechtsanwalt Magister Kröppel vertreten. Er hat für sie eine sogenannte Unterlassungsklage gegen den Pfarrer eingebracht. Der hat nämlich den Vorwurf, sie hätte sich in der Kirche umgezogen, auch in der kleinen Zeitung, in Form eines Leserbriefs veröffentlicht. Was verlangt der Anwalt? Von der Gegenseite verlange ich einerseits die Unterlassung, es zukünftig zu behaupten, dass sie sich in der Kirche bis auf die Unterhose ausgezogen hätte. Das stimmt so nicht, wie die Frau Melcher berichtet. Und andererseits, dass er das widerruft, also auch im Printmedium der kleinen Zeitung, wieder in einer ähnlich auflagenstarken Zeitschrift, dass das dann widerrufen wird sozusagen. In Form eines Leserbriefs oder wie auch? Genau, also äquivalent noch einmal das Gleiche, quasi nur der Widerruf, dass das zurückgenommen wird, diese Behauptung. In der Verhandlung regt die Richterin einen Vergleich an. Sie schlägt vor, sich die Hände zu reichen und einen Schlussstrich zu ziehen. Frau Melcher wäre damit einverstanden gewesen, aber ihre Anwaltskosten von mittlerweile 3000 Euro, die wollte sie nicht übernehmen. Auch der Pfarrer war vom Vergleichsvorschlag nicht ganz überzeugt. Er meint, als Seelsorger sei er schon bereit, Brücken zu bauen, aber an der Wahrheit sei er auch interessiert. Nach der Verhandlung? Es wurden Vergleichsgespräche geführt, wie es auch in der ZBO vorgesehen ist. In Summe haben die allerdings keine Einigung gebracht in diesem Verfahren. Es wäre natürlich von Anfang an die Möglichkeit für einen Vergleich da gewesen. Vergleich ist aber überall dort möglich, wo man sich auch in der Mitte trifft. Und das war seitens der Klägerin dieses Angebot nicht da. Am 10. Jänner 2022 sind wir wieder in Maria Rhein. Hier, an Ort und Stelle, findet die nächste Gerichtsverhandlung statt. Die Richterin will sich anschauen, wo sich Frau Melcher umgezogen haben könnte und etliche Zeugen befragen. Auch Rechtsanwalt Magister Kröppl ist wieder gekommen. Das ist insofern im gegenständlichen Verfahren von wesentlicher Bedeutung, weil die Gegenseite ja beweisen wird müssen, wo sich die Betroffene, also meine Mandantin umgezogen hat. Und ja, wo einfach die Marienkapelle entwürdigt worden sein soll. In der Verhandlung sagen einige Zeugen aus, dass sie Frau Melcher in Alltagskleidung in die Kirche kommen gesehen haben und dann sei sie mit Sari in der Kirche gesessen. Beim Umziehen selber habe sie aber niemand beobachtet. Ein paar Zeugen berichten auch, dass bei Frau Melcher der Bauch und die Seite nackt gewesen sei. Das hätten sie störend und unangenehm empfunden. Nach etwa zwei Verhandlungsstunden wird nochmals vertagt. Im Juni dieses Jahres besuchen wir Frau Melcher in ihrem Haus in Maria Rhein. Tochter Regina ist heute auch da. Wieder einmal gibt es Probleme mit der Polizei. Frau Melcher wurde schon wieder der Führerschein abgenommen. Die da da, die da da, Verkehrskontrolle. Na ja gut, der Führerschein spielt eine Rolle. Dann haben sie eine Stunde herum telefoniert und ich habe gedacht, die wollen mich provozieren. Nicht, wenn sie da, ja, dabei stimmt das nicht. Die haben gesagt, sie haben jetzt eine Stunde herum telefoniert und sie wissen, sie sollen mir den Führerschein nehmen und sie wissen nicht warum. Offenbar war es so, dass Frau Melchers Führerschein auf sechs Monate befristet war. Sie hätte für eine Verlängerung eine amtsärztliche Nachuntersuchung machen müssen. Zum Termin beim Amtsarzt ist sie aber nicht erschienen. Frau Melcher meinte nämlich, sie wäre ohnehin zu einer Kontrolle bei einem Augenarzt gewesen. Und der habe ihre Verkehrstüchtigkeit auch schriftlich bestätigt. Diese Bescheinigung wollte sie am nächsten Tag zur Behörde bringen und ihr Auto abholen. Und da sei ihr dann etwas Eigenartiges widerfahren. Auf einmal waren drei Polizeiautos an und zehn Polizisten. Zehn Polizisten, die haben mich da oben gepackt bei der Hand und dann haben sie gesagt, ich muss mich ausweisen. Ich habe einen Behindertenausweis, da ist er. Nein, das ist zu wenig, ich muss auf die Polizeistation. Da habe ich gesagt, ich gehe da nicht hin. Dann haben sie mich gepackt und zuerst haben sie mich auf die Straßen fallen lassen. Dann haben sie gesagt, ich muss aufstehen, sage ich, ich kann nicht aufstehen. Dann haben sie mich aufgeklappt und das Auto reingesetzt. Dann sind wir gefahren zur Polizeistation in Klagenfurt. Dort haben sie gesagt, ich muss aufsteigen und einhergehen. Da habe ich gesagt, ich gehe nicht. Ich gehe nicht einher. Haben sie mich gepackt, haben sie mich einhergetragen in die Polizeistation. Drinnen haben sie gesagt, sie wollen mit mir reden. Da habe ich gesagt, ich rede nicht. Ein Rechtsanwalt soll kommen. Mein Rechtsanwalt habe ich angerufen, der soll kommen. Wissen Sie warum? Sobald ich etwas sage, sagen sie, ich bin renitent, aggressiv und psychisch nicht beieinander. Von Seiten der Landespolizeidirektion Kärnten schreibt man uns zu den Vorwürfen der Frau Melcher. Der von ihnen beschriebene Vorfall ist derzeit noch Gegenstand eines laufenden Verwaltungsstrafverfahrens. Somit ist es von unserer Seite nicht möglich, auf ihre Anfrage näher einzugehen. Wegen der angeblichen Willkür in Sachen Führerschein haben wir uns dann auch an die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt gewarnt. Mag. Leitner, der Bezirkshauptmann, hat sich zu einem Interview bereit erklärt. Ich suche um Verständnis, dass ich aus Datenschutzgründen und Gründamtsverschwiegenheit keine konkreten Aufgaben zum Verfahren machen darf. Die Frau Melcher stellt Vorwürfe in den Raum, dass zum Beispiel keine Bescheide ausgestellt werden und hier willkürlich von den Polizeibeamten hier der Führerschein abgenommen wurde. Es gibt im Verwaltungsverfahren ein Willkürverbot und das sind sowohl wir als auch die Exekutive ganz streng gebunden. Das heißt jede Entscheidung fällt aufgrund gesetzlicher Grundlagen und keinesfalls aufgrund willkürlicher Entscheidungen. Und das wollte Frau Melcher anhand der Aktenlage überprüfen. Und dann haben sie gesagt, es gibt keinen Akt. Die haben gesagt, es gibt keinen Akt. Habe ich gesagt, das gibt es nicht. Es muss einen Akt geben, warum ihr mir den Führerschein nehmt. Dann habe ich gesagt, ich gehe nicht früher aus, bevor ich den Akt kriege. Ich bin angemeldet. So, gleich ist die Polizei gekommen. Die Polizei haben sich allein wieder geholt. Ich bin wieder renitent und geschrien habe. Deswegen war jetzt die Polizei da. Aus Aktenhinsicht ist ja nicht verweigert worden. Es war einmal notwendig, Frau Melcher mit Polizei aus dem Haus zu geleiten, dass sie es nicht freiwillig gemacht hat. Wie auch immer. Frau Melcher hat nun seit Juli ihren Führerschein wieder, weil sie die erforderlichen fachärztlichen Gutachten nachgereicht hat. Und wie ist es in der Geschichte mit dem Sari weitergegangen? Das Gerichtsverfahren gegen Pfarrer Kogler ist noch nicht zu Ende. Demnächst will die Richterin noch einen weiteren Zeugen befragen. So wie die Frau Melcher zuletzt selber ihren Konflikt mit der Polizei geschildert hat, steht zu befürchten, dass das nicht die letzte derartige Auseinandersetzung gewesen ist. Zum nächsten Fall. Da sind wir kontaktiert worden, weil eine wohlhabende, selbstbewusste Hundehalterin angeblich von der Behörde schikaniert wird. Konkret vom Amtstierarzt. Der hätte nämlich bewirkt, dass der Frau Reiter, die jahrzehntelang nur für ihre Chihuahuas gelebt hat, ein komplettes Hundehalteverbot auferlegt wurde. Chihuahua, das ist die kleinste Hunderasse der Welt. Und die Frau Reiter vermutet, dass der Amtstierarzt sie verfolgt, weil sie, da hat es einmal einen Amoklauf in der Umgebung gegeben, weil sie nach diesem Amoklauf etwas gesagt hätte, was der als gefährliche Drohung interpretiert hat. Und im Kern geht es auch um die Frage, warum im Gesetz vorgeschrieben wird, dass Zwerghunden und Doggen gleich viel Platz in Zwingern zur Verfügung gestellt werden muss. Maria Zweckmeier berichtet. Im Sommer 2021 sind wir im Wiener Wald in Pressbaum. Dieses weitläufige Anwesen am Waldrand wird offenbar mit viel Hingabe zu Flora und Fauna von der Besitzerin in Schuss gehalten. Hier lebt die 83-jährige Erika Reiter mit ihren Hunden. Es sind reinrassige Chihuahuas, die sie seit fast 50 Jahren züchtet. Früher hatte sie wesentlich mehr Hunde, altersbedingt hat sie ihren Bestand auf 14 reduziert. Sie bezeichnet sich selbst als große Tierfreundin und sagt, dass sie ihr Leben in den Dienst der Hunde gestellt hätte. Aber das sieht die Behörde anders. Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten wirft Frau Reiter in einem Straferkenntnis vor. Sie hat zu verantworten, dass sie 37 Hunde in sieben jeweils nur etwa zwei Quadratmeter großen Abteilen bei penetrantem Urin und Fäkalgeruch auf Zeitungspapier gehalten und diesen dadurch Leiden und Schäden zugefügt hat. Aber warum hat sie dann für ihre Hundezucht so viele Pokale und Auszeichnungen erhalten, fragt sich Frau Reiter. Seit 1973 züchtet sie Chihuahuas, hat sogar einen Chihuahua-Club gegründet und sich viel Expertise in der Hundezucht und Haltung angeeignet. Da man davon aber nicht leben könne, haben ihr verstorbener Mann und sie mehrere Papierwarengeschäfte geführt. So sei es ihr immer möglich gewesen, optimal für ihre Hunde zu sorgen. Auch viele Prominente zählen zu ihren Hundeabnehmern, erzählt sie uns. Und jetzt wird ihr vorgeworfen, dass sie ihre Hunde schlecht behandeln würde? Da muss ich nur lachen, weil ich rette jede Mücke aus dem Swimmingpool, wenn ich sie gerade noch lebend finde und auch tote natürlich. Und da werde ich bestimmt meine Hunde schlecht behandeln. Ich bin etwas Tierliebendes als mich gibt es fast nicht. Und ich schaue nur, dass es den Hunden gut geht. Wir haben alles für die Hunde gebaut und den Garten so gestaltet, dass sie jetzt fast den ganzen Tag im Garten sein können. Trotzdem wurden ihr von der Behörde in den vergangenen sieben Jahren zahlreiche Verwaltungsübertretungen zur Last gelegt. Der Vorwurf, anlässlich unangemeldeter Kontrollen habe der Amtstierarzt schwere Missstände bei der Haltung der Hunde der Frau Reiter wahrgenommen. Sie würde die Tiere in viel zu kleinen, gekachelten Verschlägen den Großteil des Tages einsperren. Frau Reiter bestreitet das und meint, dass sich die Hunde viel im Garten aufhalten würden und nur zum Schlafen hineinkommen würden. Ja, ich bin natürlich geschockt, weil das alles nicht notwendig ist. Das ist eine Arbeitsbeschaffung von Amtstierärzten. Anders kann ich es nicht nennen. Sie meint nämlich, dass ein Amtstierarzt, der mittlerweile in Pension ist, es auf sie abgesehen hätte. Begonnen habe alles vor einigen Jahren. Da war es bei der Bezirkshauptmannschaft Kloster Neuburg zum Amoklauf eines Gestütsbesitzers gekommen. Der Mann hatte sich von der Behörde und vor allem vom Amtstierarzt ungerecht behandelt gefühlt. Er hat einen Beamten erschossen, eine Geisel stundenlang festgehalten und dann vor dem Büro des Amtstierarztes Suizid begangen. Und das hat mich sehr berührt, dass sich Leute erschießen müssen vor einem Amtstierarzt, der ihm eigentlich, ich kenne den Hintergrund nicht, ich kenne auch diesen Pferdewirt nicht, habe ihn nie gekannt und nie gesehen, aber allein die Zumutung, was er den Leuten antut, dass sich die vor seiner Amtstier erschießen, das ist furchtbar. Und da haben Sie eine Unmutsäußerung getätigt? Ja, da habe ich gesagt, der hat sich leider vor einem Amtstier erschossen, sage ich, ich bedauere den sehr. Diese Äußerung, wir wissen nicht, wie sie genau formuliert war, hat der Amtstierarzt als gefährliche Drohung verstanden. Es gab sogar ein Strafverfahren gegen Frau Reiter, das aber eingestellt wurde. Seitdem würde der Amtstierarzt jede Kleinigkeit beanstanden. Herr Pauzer, der Weinlieferant des Hauses, hat folgende Wahrnehmung dazu. Einmal war ich sogar zufällig persönlich dabei, wie der *** eine Kontrolle gemacht hat. Erzähl ein bisschen was drüber, wie ist das abgelaufen? Ja, sehr eigenartig eigentlich. Man hat von Anfang an, habe ich das Gefühl gehabt, hier geht es überhaupt nicht mehr um den Tierschutz, sondern hier wird ein persönlicher Rachefeldzug zwischen zwei Menschen geführt. Und das sozusagen über den Tierschutz. Der Amtstierarzt wollte zu den Vorwürfen nicht Stellung nehmen. Er hat sich auf seine Amtsverschwiegenheit berufen. August 2021 am Landesverwaltungsgericht St. Pölten. Da es mittlerweile zwei Straferkenntnisse gegen Frau Reiter gibt, hat ihr die Bezirkshauptmannschaft die Haltung von Hunden auf Dauer verboten. Dagegen haben Frau Reiter und ihr Anwalt Mag. Meier eine Beschwerde eingebracht und darüber wird heute verhandelt. Die Frau Reiter hat was getan, hat umgebaut, hat Hundelucken einbauen lassen und teures Geld. Hat also durchaus Maßnahmen getroffen und die Frau Reiter ist doch heute noch bereit, gemäß einem Kostenvoranschlag, den wir vorlegen werden, weitere Umbauarbeiten in Auftrag zu geben. Und das alles hätte anders laufen können, wenn der Amtssachverständige hier nicht völlig unverhältnismäßig vorgegangen wäre. Frau Reiter, jetzt steht im Raum, dass Sie keinen einzigen Hund mehr halten dürften. Wie wäre das für Sie? Ja, das wäre furchtbar, weil ich 50 Jahre meine Hunde um mich habe. Ich habe keine Kinder, ich bin verwitwet, habe keinen Mann und das ist meine Lebensaufgabe. Im Verhandlungssaal sollen heute der mittlerweile pensionierte Amtstierarzt und sein Nachfolger als Zeugen vernommen werden. Die Richterin muss versuchen abzuschätzen, wie Frau Reiter in Zukunft Hunde behandeln würde. Ob vielleicht gelindere Mittel als ein Verbot der Hundehaltung ausreichen. Aber weil sie schon mehrfach gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat, weitet die Richterin an, dass das für sie nicht in Betracht kommt. Der pensionierte Amtstierarzt, den Frau Reiter beschuldigt, sie zu schikanieren, verweist auf andere Amtstierärzte, die zu ähnlichen Erkenntnissen wie er gekommen seien. Den Hunden würde die vom Gesetz vorgeschriebene Quadratmeteranzahl nicht zur Verfügung stehen. Nach der Verhandlung kritisiert Mag. Mayer die Tierhalteverordnung, denn das Absurde ist ja, dass Dogen und große Hunde gleich behandelt werden wie kleine Hunde. Und es ist ja jetzt im gesamten Verfahren herausgekommen, dass die Behörde primär Bedenken hat, was den Platz betrifft. Also es geht eigentlich nur um diese Tierhalteverordnung und diese Bestimmung, also um die Zwingerhaltung. Und da wird überhaupt nicht differenziert zwischen den kleinsten Hunden. Nämlich Chihuahuas sind die kleinsten Hunde der Welt und zwischen den großen Hunden. Und das ist meines Erachtens gleichheitswidrig. Also das werden wir sicher beim Verfassungsgerichtshof bekämpfen. Das heißt, das letzte Wort ist sowieso noch lange nicht gesprochen? Noch lange nicht, ja. Im März 2022, etwas mehr als ein halbes Jahr später, sind wir wieder bei Frau Reiter. Ihre Beschwerde gegen das Tierhalteverbot wurde vom Landesverwaltungsgericht abgewiesen. Als besonders schwerwiegend wertet das Gericht, dass die Hunde in zu kleinen gefließten Abteilen gehalten werden. Eigentlich dürften wir heute keine Hunde mehr antreffen. Aber offenbar ist noch das ganze Chihuahua-Rudel da. Um das Lebenswerk von Frau Reiter weiterführen zu können, hat man nämlich eine Gesellschaft, eine GmbH gegründet, an der Frau Reiter nur einen 10-prozentigen Anteil hat. Und diese Gesellschaft ist nun Tierhalterin. Sämtliche von der Behörde vorgefriebenen Maßnahmen und Umbauarbeiten wurden von der GmbH durchgeführt. Heute soll der neue Amtstierarzt überprüfen, ob nun alles passt. Rechtsanwalt Mag. Meier ist auch gekommen. Alles in Ordnung, ja? Alles in Ordnung, ja. Ich hoffe, das ist heute das letzte Mal. Ja, hoffe ich auch. Davon gehe ich aus. Also wir werden es so machen, der neue Amtstierarzt wird sich das einmal anschauen, wie wir das umgebaut haben. Und wir werden ihm das demonstrieren, insbesondere mit diesen Auslauflucken. Es funktioniert ja eh alles prächtig. Und dann dürfte es eigentlich nichts zu beanstanden geben. Herr Pauzer ist jetzt der Geschäftsführer der neu gegründeten GmbH. Es ist alles so umgebaut worden, dass es auch für Bernhardtina und Bulldoggen reichen würde. Was in sich zwar absurd ist, aber das Gesetz ist halt einmal so. Ich bin total entsetzt und ich finde es grässlich, dass man eben solche Gesetze nicht ändern kann. Dass man nicht eine Dogge und einen Chihuahua unterscheiden kann bei der Regierung und das Gesetz ändert. Ich lasse meine Hunde nicht verkommen, sie irgendwo hin oder einschläfern oder sonst was. Ich habe 14, 15-jährige Hunde da, die ich liebe und die werde ich beschützen, solange ich lebe. Dann schaut sich der neue Amtstierarzt die Umbaumaßnahmen an. Unter anderem wurde den Hunden eine ehemalige Pferdebox zur Verfügung gestellt. Mit Lichtschranken, betriebene Auslaufluken und weitere Fenster wurden eingebaut. Der Amtstierarzt muss nun entscheiden, ob der GmbH eine tierschutzrechtliche Genehmigung erteilt werden kann. Die Behörde hat dann noch einige bauliche Auflagen erteilt, die mittlerweile alle erfüllt sind. Aber sechs Monate nach dem Besuch des neuen Amtstierarztes gibt es noch immer keine offizielle Bewilligung dafür, dass die Chihuahuas hier bleiben dürfen. Und die Frau Reiter hat sich dann tatsächlich an den Verfassungsgerichtshof gewarnt, weil sie meint, dass Teile des Tierschutzgesetzes gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen würden. Konkret, dass das Gesetz ungleich ist, nämlich Chihuahuas und Dogen gleich behandeln würde, was die Größe ihrer vorgeschriebenen Zwinger betrifft. Aber sehr vereinfacht gesagt hat der VfGH entschieden, dass man für die Prüfung einer derartigen Frage einen anderen Anlassfall braucht. ropfeGGG und Dogen